Ich habe mir mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Boah, wisst ihr, was mich triggert? Dass der sagt, hey, ich habe mein Bestes gegeben. Oh, danke nochmal für fünf weitere Gibt's. Danke, Digger, danke. Hey. Er sagt, hey, ich habe mein Bestes gegeben. Man versteht gar nicht, was der sagt. Er sagt, hey, ich habe mein Bestes gegeben. Der hätte auch sagen können, hey, ich habe meine Schwester gefickt, dass das Video safe ist. Viel Spaß. Für Basti, pack deine Facecam da ein. Und Kevin, du bist eine Missgeburt. Man versteht nicht, was der sagt, Digger. Der sagt einfach, hey, Schwester gefickt. Viel Spaß bei dem Video. Digger, lern mal reden. Ich habe mir mein Bestes gegeben. Ich habe mir mein Bestes gegeben. Was? Was? Hey, wir beten, wir beten. Dass das Video safe ist. Und plötzlich auf einmal wieder, auf einmal wieder, Sprich da klar. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Für Basti, fick meine Mutter. Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Und Kevin, du bist ein Hurensohn. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community Discord, linken es unter der Beschreibung oder über meinen Twitter, at moinibindabend. Und ja, enjoy. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, so lass. Ja, die gar nicht. Nein! Das Game ist gecrashed. Das Game ist gecrashed. Ich mal hier. Siehst du das? Was machst du da? Was ist das? Daffel mit Gehäuse spielen. Ja? Was fühlt das für mich? Ich mache. Du auch? Nein, Mann. Aber ich finde es mega geil, wenn du das machen. Aus Nox, Chris. Let's go. Chris ist übrigens absoluter Ehrenbruder. Sehr korrekt. Wen soll ich crushen? Julian Bam. Ich habe einen Crush auf dich. Ich weiß nicht, du solltest vielleicht jemanden picken, der Viewer hat. Kevin ist wirklich so abgehoben geworden. Kevin hat sich so ekelhaft verändert. Kevin ist wirklich widerwärtig geworden. No joke. Oh, ich streame jeden Tag und habe kein Leben. Oh, ich habe keinen Sex. Oh, ich bin einfach ein Bastard. Ich bin Papa Platte. Oh. Oh, ich habe Viewer. Oh. Ja und? Oh, hey. Du auch hier? Das ist ja was. Du bist ja eine geile Sau. Ich habe Bock auf einen Cringe-Date mit Maxi-Fall. Soll ich das machen? Krass. Oh, was ist denn das? Oh. Oh, wow. Wir haben halt, also da stand, dass man einen Liter Brühe braucht. Isst ja gerade das Hackfleisch. Aber die schwimmen jetzt halt nicht. Die müssen auch in der Brühe schwimmen, oder? Strumpfeder. Ich habe mir die Hand in den Hals gesteckt, weil ich es lustig fand, wenn ich das Fleisch auf einmal blecke. Ich habe fast den Kotz. Wo kochen die eigentlich? Ist das die Küche von Finchi? Was ist die Hauptstadt von Italien? Wie oft noch? Rom. Rom. Ähm, 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 Mailand. Ähm, ähm, Rom. Genau, wo? Ah. Was? Ist die Venedig? Das hier sieht aus wie... Ah, Dreck. Du süßer, geiler Mann, Marius. Aber wie heißt denn der, Junge? Sagst mir? Komm schon. Nee, der andere. Wall ist da was? Wall-E, Digga. Junge. Marius. Rick ist absolut beschissen in Mario Kart. So. Also wenn ich das vergleiche mit den anderen Streamern, so XQC und Co. Ähm, dann holy shit. Dann fahre ich wie ein... Wie ein Gott. Falscher Channel. Sag mir, ich bin bei Danny live. Bruder, bin ich bei Danny live? Nee, oder? Lass mich checken. Oh, Mann, Digga. Ich bin bei Danny live. Willst du noch mal ein bisschen die Würzran machen, Bro? Ja. Obwisly. Wie heißt das? Obwisly. Ich kann diese Sprache nicht. Du machst das immer. Yo, attention. Du bist Panik, danke. Was sagst du noch? Er sagt immer noch andere Wörter. Was, Digga? Du sagst doch immer so eine Wörter. Wie heißen die denn alle? Englisch nimmt sich die Sprache. Lol. Ganz genau. Oh, Mann, Alter. Wow. Hey, voll lol. Voll fresh. Cool. Voll kei. Cool. Roffel, Alter. LMAOO. 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 Loving my ass off. Off. MMAO, Alter. Omega Lull. Alter, Bruder, bitte nicht. Klingt aber, to be honest, nach so einer normalen Dönerbude in Berlin. Ey, obwisly. So, Pockchamp, lass essen. Bro. MMAO. Der kotzt. Guck mal, es sieht so aus, als müsste Max kotzen. Guck mal. Guck mal. Das macht er. Der kotzt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh. Junge, dieser fucking Villager, Alter, dieser fucking NPC, genau der gleiche Moment, wie der auf meiner Party stand und einfach mitten im Kreis stand, vor der Leute, die am Breakdancen waren und die hatten alle Spaß und Max hat sich nicht zur Musik bewegt mit zwei Getränken in der Hand und hat geschielt. Okay, der ist eh vorgewählt, okay, wir nimmst du. Es gibt eine Schmerzskala, auf dieser Schmerzskala stehen an erster Stelle die schlimmsten Schmerzen, die ein Mensch haben kann, sind Geburtsschmerzen, wir sind Männer, wir kriegen keine Kinder. Was kommt an zweiter Stelle? Nierenkoliken. Es ist kein Spaß. Ist es wirklich? Ich könnte dir den Arm abschneiden, du würdest sagen, entspannt, wenn du schon mal einen Nierenstein hattest. He won't understand it. Oh, fuck. Hello, Sir, fick deine Mutter. Du und Sohn. What can I do for you? Kacken? Schildkröten? So, könnt ihr bitte nächstes Mal bei Honeypoo reingehen und... Alter, wer sind die zwei denn? Mir, Isa, so ein bisschen, ne? Mama. Wer sind die beiden? Bisschen sagen so, ey. Wer sind die zwei? Sag's mir. Nova ist echt... Wer sind die beiden? Sag mal. Wer sind die... So, die Klassiker, weißt du? So, ja, Nova fährt ein Lambo und hat vor kurzem, äh, ne Oma aus dem Altersheim gerettet. Ne, okay, das nicht. Ist in meinem Wortschatz. Gibst du mir darauf das Wort, Schatz? Halt's Maul. Oh. Oh. Oh mein Gott, Digga. Wreckage! Kann ich mein eigenes Bett abbauen? Chill, Digga. Stream. Chill, Digga. Wirklich. Chill, Digga. Stream. Das ist Content. Das ist Big Content. Was? Wo ist denn bei der Handcam die Kabel von der Maus und Tastatur? Warte, was meinst du? Hä? Digga, mein Kabel wird ja... Ich hab mein Kabel immer weg. Basti ist so fucking funny zum Teil. No joke. Junge, jetzt ist sogar noch meine Tastatur weg und die Maus auch. Hä? Warte mal. Warte mal. Ist die Maus sozusagen? Warte mal. Die Maus ist unsichtbar, oder? Hä? 120? 160? 170? 180? 182? 183? 150? 106? 101? 9? 106? 109? 109? 109? 109? Außen verloren. 2! Pass auf, ich mach nen fake, ok blebe hinten? Ja. Ok. Ich weiß nicht hinten. Das war mittig! Flaschen mit? Guck mal Dogplay. There is a hole! Who is this guy? Who is this guy? Ah ok bebble. Du bist so gut geworden in einem Moment 실ge Alright also hier unten facilitier uns amar.. My hum 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 hum. mayoría so observative. Ich kann es mir wirklich nicht mehr geben. Ich glaube, es liegt aber einfach daran, dass ich Menschen hasse. Was ist das für ein Spiel? Stell dir vor, das wäre der Marmor eurer Arsch. Der Marmor eurer Arsch? Was Ronaldinho am Ball gemacht hat, mache ich mit der Winde. Was? Kommst du da nicht übers Wasser, Max? MANN! Äste! Bäume okay, aber Äste? Der sieht ein bisschen aus wie Basti, Bro. Hallo. Hallo, ich mag Flaggen. Jürgen, wie geil. Vielleicht ein bisschen so auf Blut. Das ist eigentlich ein weißer und wir sind halt einfach mal durch. Holy shit. Oh, Digga. Oh, ein ganz, ganz, ganz schwieriger Joke, Basti. Ein ganz, ganz schwieriger Joke, Alter. Oh. Die Basti, äh, äh. Gerade mit einem weißen LKW. Oh, Micky, wirklich jetzt. Mann. Stetig werden. Wir haben zusammen geschlagen wie in der Schule früher. Junge, Junge, Junge. Der hat mir aber anders gegeben mit seinem Schwanz. Holy shit. Feiert für Twitch. Das bereichert Twitch Deutschland einfach extrem. Twitch ist, glaube ich, obwohl viel mehr Leute Englisch, Spanisch, Portugiesisch sprechen, ist Twitch, glaube ich, das zweit, das zweitstärkste Land nach, also, oder Sprache nach Englisch in, 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 in Twitch. Max? Bitte? Selina? Hallo. Hallo. Oh, schade, Digga. Oh, nein. Was ist das nochmal? 666. 666. Das ist 666. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Junge. Digga, Fitnessstudio machen bei uns und so drauf. Ich habe gestern angerufen. Ehrlich? Und, ja, ja. Und, äh, da hieß es, ab Sonntag darfst du wieder, aber du musst jeden Tag einen Test mitbringen. Ich bin ja nicht durchgegangen. Oh. Oh. Ja, dafür hast du einen Herzfehler, also. Wo ist der Trey, denke? Ich habe eine Tassatur, ja, 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 ja. Aber habe nicht mal ein Abitur, ja. Ich bin zu Hause, aber habe eine Maute. Ich muss ganz kurz, äh, ein Clip, äh, ein Instagram Video auschecken, äh, von jemandem.